hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf marcus kleiner moviewelt heute stelle ich euch die serie house of cars vor mit kevin spacey in der hauptrolle hier darum handelt sich ist um ein polit thriller der normalerweise gar nicht fürs fernsehen produziert worden ist alle dort mehr fürs kino ja das kommt hier so in einem schub erheber gesagt hier haben wir die anhaltspunkte was so auf den bis drauf ist so sieht das ganze von hinten aus so hier haben wir den das ist die rückseite die finde ich auch sehr schön aus hier gestern gerade erst gekauft ich hatte schon ein oder das andere video mal bei my video gesehen ja so sieht das dann mal aus so die seitenansicht so wir haben hier ein digipack damit die beiden hauptdarsteller kevin spacey sie spielt seine frau das ist einfach nur perfekt wir haben hier glaube ich muss ja noch mal schauen glaube ich fünf dvds fünf dvd die bildformat haben wir hier wir haben eine lauflänge von gesamte 647 minuten wie ich finde ordentlich stoff ich mag kevin spacey sowieso gerne gucken einer meiner lieblings schauspieler mal gucken wie wir es da wieder rein kriegen ja ich habe immer noch irgendwie noch kein stativ ich muss mir mal eins holen naja das mache ich später so viel dazu bis zum nächsten mal auf wiedersehen tschüss bis zum nächsten mal auf wiedersehen tsch diskze